Hier gibt es einen Satz, der sehr rätselhaft klingt. Ja, das ist ein Zitat von Hölderlin. Tönend wie das Kalbshaut, die Erde, Erde. Also das ist aus dem Gedicht von Hölderlin von Griechenland. Ist das die Trommel, Kalbshaut? Ja, also der Hölderlin in dem Gedicht Griechenland fasst auf die Erde als die Haut, als eine Membran, die schwingt und die das Gewitter, also den Donner von den Wolken, vom Himmel auf die Erde überträgt. Und die Erde antwortet dem Himmel. Die Götter trommeln auf diese Weise. Ja, ja, ja. Und das ist das wunderbare Gedicht vom Hölderlin Griechenland. Und das tragen Sie denn im Herzen, während Sie arbeiten? Naja, das sind Dinge, die ich einfach gelernt habe und die tauchen immer wieder auf.